Heute geht es um den Lehm-Edelputz von Konuto mit einem Effektzuschlag. Und damit willkommen beim Baustampfer. Ja, und damit willkommen zu diesem Video ein paar Sachen vorab. Zum einen habe ich mir überlegt, ein Instagram-Profil zu machen, jetzt rein für den Baustampfer, für Mr.Stampfer, das ist ja schon da. Unten in der Videobeschreibung habe ich das verlinkt, wenn ich das fertig habe. Da gibt es dann kontinuierlich News über alles Mögliche, vielleicht auch mal so kleine kurze Videos von der Baustelle, Umfragen, Bilder, also alles zu diesem Thema. Das, was ich hier jetzt noch nicht posten kann, weil ich ja keinen Community-Bereich habe, den gibt es erst ab 500 Abonnenten. Genau, jetzt wäre eigentlich eine gute Stelle, die Leute darauf aufmerksam zu machen, den Kanal zu abonnieren. Aus diesem Grund mache ich jetzt den Instagram-Kanal auch noch. Dann ist von dieser Baustelle, die ich heute zeige, ein Video geplant, wo ich ein paar Jahre später nochmal hingehe. Das habe ich an dieser Stelle verlinkt, also dauert noch ein bisschen, weil die Baustelle ist vom letzten Jahr aufgenommen. Des Weiteren habe ich sämtliche Materialien, mit denen ich arbeite, unten unter dem Video in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, da könnt ihr sowohl den Lehm von Conduto kaufen über den Shop oder auch das Werkzeug, mit dem ich arbeite, also alles Mögliche. So, und nun geht es mit dem Video los. Das Ganze ist eine Baustelle, die ich Ende 2021 hatte. Da habe ich ein schönes Schlafzimmer gemacht. Und da war eine Wand, eine schöne große Lehmwand mit diesem Glimmermaterial. Und das war auch wieder ein tolles Projekt, weil das so eine Lichtwand war. Das Licht kommt dann halt schön, fällt da drauf und man sieht das halt schon richtig schön. Das, was in der Wand drinnen steckt. Mit Sturgleisen noch eine Szene gesetzt. So eine Schräge hat man auch noch drin, wo man mit der weißen kleinen Kante das Ganze so ein bisschen scharf absetzen kann, sage ich mal. Auf jeden Fall ein tolles Projekt. Mit den Vorarbeiten starten wir jetzt und zwar auf der rohen Wand. Und diese ist jetzt, ja, da sind noch Krümmel drauf und alles Mögliche. Die müssen erstmal runter. Nehmen wir uns jetzt hier den Rakel, damit gehen wir jetzt über die Wände, machen alle möglichen Arten von Körnern, Partikeln, Tapeten, Fetzen und was weiß ich nicht weg, dass das einmal schon mal runterkommt und dann wird es grundiert. Und zwar mit Tiefengrund. Warum Tiefengrund? Vielleicht, weil es tief in den Grund zieht und dort den Untergrund festigt? Wisst ihr Bescheid, ne? Also, hiermit jetzt drüber, damit das einmal alles weg ist und dann Tiefengrund. Damit das Gehör geschützt ist. Wenn wir alles abgekratzt haben, bis soweit entstaubt ist, also mit dem Wesen noch drüber gehen, dass das wirklich alles, was rieselt, rieselt dann runter, wegficken, wegsaugen, fertig. Dann gehen wir hier mit einer Eigenerfindung, gehen wir mit einer Pumpe hier drüber mit Tiefengrund. Und ganz wichtig, wenn ihr sowas in so eine Pumpe reinfüllt, dann passiert das schnell, deswegen habe ich mir hier so einen Becher dran geklebt, dass diese Düse hier sich zusetzt, weil Tiefengrund halt trocknet. Und da das in dieser Düse, in dieser Spitze hier einen Film bildet, ist die dann zu. Also da kommt dann nichts mehr raus. Aber so ist die halt wunderschön leer, alles ist gut und ich kann ja mehr direkt weiterarbeiten. Hauptsache, ich mache es mir jetzt hier noch tropischer drin, das ist ja eine Luftfeuchtigkeit hier. Durch die folierten Fenster und die Türen, das ist ja eingepackt alles. Ich mache nochmal weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Schritt wieder. So, jetzt gibt es gleich einen kleinen Break und zwar sieht man die Wand, die ist dann plötzlich weiß. Was habe ich da gemacht? Da hatte ich, ja, da gab es ein kleines Kameraproblem. Auf jeden Fall habe ich einen Haftgrund auf diese Wand aufgetragen und zwar einen Quarzsandhaltigen Haftgrund, damit sich der Lehm vernünftig verkrallen kann. Hier geht es jetzt um die Lehmputzwand mit dem Lehmputz von Conluto und zwar in Arantio, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist so ein schönes, saftiges, erdiges, ich fange mal von vorne an, das ist ein schönes, erdiges Orange. Auf jeden Fall werden wir diese Säckchen jetzt hier in diese Wand dranschmeißen. Und weil ich es vergessen habe, werde ich dabei diese Mütze tragen. Von Conluto, ich habe eigentlich T-Shirts, aber ich habe die zu Hause vergessen, weil zur Zeit so viel zu tun ist. Ja, ein bisschen blöd, deswegen werde ich hier im Hochsommer eins mit dieser Mütze das Ganze da hoch machen. Pack die weg. Aber ich kann die eben gut hinstellen. Also, ich kann die Mütze das Ganze da hoch machen. Also, ich kann die Mütze das Ganze da hoch machen. So, wir haben jetzt alles angerührt. Ich habe mir das in zwei Eimer eingeteilt, damit ich nicht so ein Riesengebinde habe, weil da schnell einige Kilos zusammenkommen. Jetzt habe ich hier ein bisschen was da, ein bisschen was kann man das auch mit den Wandhälften aufteilen. Wenn ich jetzt sehe, okay, hier wird es eng, dann habe ich da noch die Möglichkeit, ein bisschen was beizumischen am Ende, dass nicht so viel überbleibt. Weil alles, was überbleibt, ist dann halt Müll oder Nustertage. Erstmal zügig zusehen, dass man das Material aufbringt. Ein bisschen gucken, dass man schon so leichte Strukturen gibt, wie man das haben möchte. In dem Fall möchte ich das hier gerne filzen. Das heißt, es wird komplett gewaschen. Also ist es erstmal wichtig, dass es drauf ist und einigermaßen glatt. Natürlich sind sämtliche Überstände, Fettkanten und andere Sachen zu vermeiden, dass man das halt schon möglichst in den Zustand bringt, wie man es gerne haben möchte. So, ich sehe jetzt, dass ich hier im Einmal ungefähr ein Viertel verbraucht habe und fast die Hälfte der Mante schon, also die Hälfte der Hälfte, also das andere Viertel verdammt, schon fertig ist. Deswegen gehe ich jetzt an den anderen Eimer dran, um die Mischungsverhältnisse so ein bisschen auszugleichen. Den hier decke ich mal kurz ab, einfach in einem Sack oder irgendwas, damit der nicht schon irgendwie austrocknet oder so. So, ich sehe jetzt mal kurz ab, einfach in einem Sack oder so. Wenn ihr hier spachtelt, dann lasst die Kelle so ein bisschen über die Wand gleiten. Das kann ruhig organische Strukturen annehmen, dass es so ein bisschen natürlicher aussieht, also nicht waagerecht, sinkrecht, so, sondern ein bisschen geschmeidiger. Und dann auch ruhig in die alte Spachtelmasse reinarbeiten, also nicht von hier ansitzen, weil dann hat man natürlich Ansätze da drin, sondern immer ein bisschen da reinziehen und gucken, dass die Kanten, die entstehen, möglichst verschlichtet werden. Jetzt ist die erstmal drauf und muss ein wenig anziehen. Die wird dann nass gewaschen, das heißt, da sollte noch nicht so nass sein noch das Material, weil sonst reibt man das wieder von der Wand weg. Okay, ein bisschen anziehen lassen, also dass man halt merkt, okay, das hat jetzt angezogen, ist aber noch nicht hart. Wie das Filzen selbst funktioniert, das zeige ich euch gleich ein wenig näher an der Wand, damit man den Unterschied erkennt. Aber so sieht man ungefähr ja auch diesen Ton, wie das so, das sieht schon ganz schick aus, oder? Mega cool. Ja, und die Kamera ist gleich leer. Zwei Minuten noch, dann ist die Speicherkarte voll, so Mist. Ich düse gleich mal nach Hause, ich muss eh mitmachen und danach kann ich das hier vernünftig filzen. Guten Tag und herzlich willkommen einen Tag später. Heute ist eigentlich Tag der Abreibung, also wir reiben mit diesem Lappen hier die Wand ab. Ein fusselfreies Tuch soll es sein, sehr grob und geht davon aus, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit kaputt geht, weil wenn ihr damit über die Wand reibt, was ungefähr so aussieht. Wenn man das Ganze filzt, also nass wäscht, dann entsteht hier oben drauf so ein Schlier und das reibt man damit ab, die groben Sachen. Und da hat man diese Geschichte schon mal weg und dann geht man mit einem Hauch, also ein ganz leicht feuchtes Tuch drüber, um diesen Schlier. runterzuholen. Das macht man besonders dann, wenn im Lehm irgendwelche Stoffe sind, die man sichtbar machen möchte, wie zum Beispiel hier dieses Glimmermaterial oder auch Strohfasern. Man zieht dann von der Oberfläche diesen letzten Hauch weg und danach sieht das ganz toll aus. Also das macht das nochmal einen großen Unterschied aus, ganz zum Schluss, weil diese Schritte, die zeigen halt das, was in dem Lehm drinnen steckt. Oh, ich sehe in einem schwarzen Ding noch weißer aus als... Ich komme hier aber nicht raus, ich bin ja immer nur drinnen am Arbeiten. Da wird man ja nicht braun. So, naja, was soll man machen? Zumindest ist der Limbraun. Ich mache hier heute die weiße Kante, das heißt, ich habe jetzt die Fläche erzeugt und gehe jetzt einmal außenrum und klebe nochmal ab und mache eine weiße Kante. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine Schärfe und vor allem ist es halt im Vorfeld schwierig machbar, weil wie soll man die Ecke, soll man die Ecke dann abkleben und macht halt nicht ganz so viel Sinn. Ich gehe dann lieber mit der weißen Kante auf diese Fläche, wenn es auch nur so ein paar Millimeter sind, damit man den weißen Anschnitt sieht. Aber glaubt mir, das wird man sehen, den Unterschied. So, die weiße Kante ist fertig. Ich denke, man müsste es, erkennt man das auf dem Bild, man müsste es eigentlich sehen, was ich meine, dass es etwas filigraner aussieht und vor allem, ich hole euch mal mit in die Ecke, dann sät ihr das. Ja, sieht sauber aus, oder? Kann man so lassen. Guten Morgen! Einen anderen Tag später, also am nächsten Tag, wird es Zeit für die nächste... Moment. So, jetzt reiten wir mal drüber. Wie man sieht, ist die Wand trocken, es hat alles wunderbar funktioniert. Ich reibe jetzt erst mit diesem Lappen einmal die Wand komplett ab, so dass ich mit der Hand drüber gehen kann, ohne dass irgendwas runterrieselt. Das sind dann meistens kleine Körnchen und Rückstände vom Filzen, die jetzt nicht fest geworden sind. Und dann gucken wir weiter. So sieht das jetzt ungefähr aus. Ich mache jetzt unten noch so ein bisschen. Man sieht, die Glimmerpartikel, ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme sieht, kommen so ein bisschen näher in die Oberfläche. Ja, wenn die Wand dann die Abreibung bekommen hat, ich habe einmal drüber gefehlt noch, damit auch die Staube so weg sind, dann nehmen wir uns hier so ein Tuch und wirklich ganz leicht feucht, so dass wirklich nichts mehr rauskommt, wenn man drückt, äh dreht, wringt. So, und dann geht man damit über die Wand, aber nicht so, als ob wir ein Fenster waschen würden, sondern Bindfäden dran. Stellt euch das vor, als ob da so ein Schmierfilm drauf ist. Und wie beim Fenster, so ein Schmierfilm. Wenn ihr so macht, was macht ihr denn? Ihr verschmiert den Film. Deswegen heißt es vielleicht Schmierfilm. Es ist wichtig, dass wir das Ganze abnehmen. Das heißt, wir gehen über die Wand und dann ist diese Seite praktisch dreckig. Damit gehen wir nicht nochmal über die Wand und auch danach nicht. Das heißt, im besten Fall jede Spur nur einmal machen, damit dieser Film, wenn er drauf ist, wirklich runterkommt und diese Partikel, die da drin sind, dann auch reflektieren können, damit wirklich nichts da drauf ist. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Ich hole euch mal näher ran, damit ihr seht, was ich meine. Da ist eine ganz schöne Stelle. So, ich glaube, man müsste erkennen, was ich meine. Ich gehe immer so durch die Lichter. Dass diese Partikel, die hier drin sind, da ist wirklich ein Hauch feiner Film drauf. Und den müssen wir halt wegmachen. Das ist so ein bisschen auch, man kann das sehr partiell machen. Das heißt, diese Wand ist wirklich Handarbeit. Das ist kein Industrieverfahren, das hier so zack, zack mal eben dran ist. Deswegen muss man sich da halt wirklich ein bisschen Ruhe nehmen und das Ganze vernünftig machen. Das macht man einmal, dann ist das fertig. Aber in dem Fall muss es sich lohnen. Und es ist vor allem wirklich, es ist halt Handarbeit. Wenn man hier eine Fläche hast, da streicht man drüber gut. Das ist ein System, eine ganz einfache Technik. Und dann ist das fertig. Da braucht man dann nicht nacharbeiten. Dieses Ding, da kann man so viel mit reinbringen. Jeder Maler hat ja seinen eigenen Stil, wie er spachtelt. Ob das jetzt lange Züge sind, kurze Züge, rund, ob das eine 8 ist oder sonst was. Also man kann sich da schon insofern ganz gut verewigen, dass man so einen eigenen Stil entwickelt. So, ich zeige euch jetzt nochmal, sage ich euch nochmal so ein paar Nahaufnahmen zeigen, wie wir diese Dinger da fertig machen. Ja, ich glaube schon. Ich nehme mal mit an. Fertig ist die Kiste. Ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch die Wand aus der Nähe, wie sie denn so schön aussieht. Gestatten, lehnen. Und damit ist dieses Zimmer beendet. Ja, ich gebe dir gleich nochmal so einen Rundumblick oder wenn das einräumt ist, da gucke ich dann ganz entspannt. Ich rufe jetzt erstmal auf und sage bis zum nächsten Video. Tschüss. So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn hier irgendwelche Fragen sind, dann packt das unten in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß, worauf ich beim nächsten Mal achten muss. Ich werde den Edelputz auf jeden Fall nochmal verarbeiten und nochmal, nochmal, nochmal. Genau wie die ganzen anderen Putzer auch. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das macht viel Spaß und vor allem, ja, erfreuen sich viele Leute daran, weil das halt echt besondere Oberflächen sind, die nicht nur schön aussehen, sondern halt auch einen physikalischen Nutzen haben. In diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich hoffe, wir sehen uns bei neuen Videos. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.